So. Schabengattung bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms muss erlangen. Protoss zerstören. Schwarm verbessern. Okay, gut, gucken wir mal. Dann wollen wir doch wieder ein wenig Evolution betreiben. Jetzt bei den Schaben, da müsste ich ja auch, naja, relativ bald die Hydralisken weiterentwickeln können. Später, irgendwann. Jetzt erstmal die Schaben. Planet Kanta. Verborgene Protoss-Einrichtung. Viele Protoss-Versuchsobjekte. Gefangener Skantipede, ansteckende Parasit. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Implantiert Parasiten in Wirt. Bricht aus Leichnam hervor. Müssen Essenz erlangen. Protoss dürfen nicht zerstören. Okay, na gut, probieren wir es mal. Komm in Ruhe. Ruhe. Essenz erhalten. Schaben mit parasitärer Sequenz verändert. Gattung Schlupfschabe. Implantiert Schapling als Parasiten. Bricht aus Leiche von Feind hervor. Greift an. Niemand darf überleben. Okay. Aha. Ich bin bestimmt nur zeitlich begrenzt da. Ich greife an. Äh... Kommt aber keiner. Lass die Schaplinge den Feind zuerst angreifen. Das war der Fall. Ich muss das nur relativ schnell machen. Damit die Wehr anscheinend hier nicht haben. Das Bier kann ich dachten. Das Bier kann ich dachten. Daschlagen dafür. Töne mir. Lass es Cube. Prothos zerstört, Scantipeden-Essenz gesichert. Yay. Okay, das sieht nur zeitlich begrenzt, das ist unpraktisch. Planet Melus 4, Umgebung für Steuerung von Evolution genutzt. Mikrobische Organismen pflanzen sich in Teichen fort. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen. Bei Mehrheit, Organe versagen, sterben. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gattung, Säureschabe. Bereit für Befehle. Ich spüre Prothos in der Nähe. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Okay. Gattung, Säureschabe. Säurehaltiger Speichel überzieht Feind. Verlangsamt Bewegung. Verlangsamt Angriffe. Das ist gut. Oder? Systeme versagen. Ich kann... Das kannst du nicht. Das ist gut. Konzentriert bleiben. Kann ich mich ein... Ach ja stimmt, ich kann... Das ist ja eine Schabe. Ich kann mich da eingraben zum Heilen. Wollen wir auch gleich mal... Der geht's auch nicht sehr gut. Ja, wenn schon denn schon mal was können. Nicht, dass ich jetzt hier dran scheitere. Ich hab ja nur noch 10. So, weiter geht's. Zusätzliche Schaden treffen jetzt ein. Okay. Können wir da jetzt gar nicht so mehr Gedanken machen wollen. Jetzt hab ich wieder 15, okay. Monstrosity! Säureschabe erfolgreich. Protoss vernichtet. Muss Sequenzen vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Ja, okay. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Okay, das war die... Schaufschabe. Die hätte ich ganz praktisch gefunden. Naja. Wenn sie nicht so schnell wieder weg wäre. Die hier ist auf jeden Fall... Äh... Ja. Die will ich. Evolution abgeschossen. Säureschabe. Herzlich willkommen. Nja. Ja. Das ist schon ganz nice. So. Sehr schön. Hallo Säureschabe. Ich find das cool, dass hier auch dann wirklich die Richtigen auch auftauchen und nicht irgendeiner.